eine lederhose ist nicht immer gleich eine lederhose ist nicht immer gleich eine lederhose also eine lederhose die fängt bei 200 euro minimum an und da habe ich noch keine gesehen minimum du sagst es diese lederhose zeichnet sich durch einen sehr günstigen preis von unter 180 euro aus und b hat sie eine super passform wie haben wir das geschafft milano design das sind ja unsere designer in mailand haben hier zwei elastikbahnen eingearbeitet haben wir zwei elastikbahnen eingearbeitet und das ist wirklich genial weil das nämlich dazu führt liebe zuschauer dass wenn frauen und die männer geguckt ich fand die sah einfach die wurde mir leider abends in der diskothek in münchen geklaut eine sekunde nicht aufgepasst 58 euro kann man zwei leitungen belegt bisschen platz hat man da noch für sie tolle farben leuchtende farben 100 prozent leder und wenn sie lust haben lade sie jetzt gleich ein zu unseren immergrünen blüten träumen oder blumen träumen wie auch immer man es nennen mag wunderschöne kunstpiller gefunden der genau in der mitte der nische sitzt und fantastische orchideen feilchen weihnachtssterne rosen anbietet zu sehr fairen ad auktion sein immer hochwertig keran immer grüne blüten träume gleich und sie wenn sie so ein geschäft haben und sie haben hier so ein empfangstresen stunde nur 25 stück wählen sie sich jetzt schon ein größe 36 noch da mit der taste 1 größe 38 noch da mit der taste zwei schnell sein für größe 40 jetzt schon mit der taste 3 ebenso für die größe 42 mit der taste hast du eine lederhose in einem angebot vielleicht irgendwo für 199 euro hast du aber ein total dünnes leder musst du dann wirklich angst haben wenn du dich büchst dass sie reißt nein hier haben wir natürlich unsere italiener ans werk gehen lassen milano design die damen und herren in italien in mailand die wissen einfach wie es geht und wir haben gesagt können wir eine lederhose machen die irgendwie nachgibt die irgendwie elastan hat dann haben die italiener gesagt ein possibeler oder verkennt man den anbieten können die vielleicht sagen ich habe aber ein bisschen mehr hier und so und dann sind sie auf die idee gekommen weil ja gerade diese gallo streifen so in sind dass wir streifen an die seite machen und dann hat der paolo gesagt lasst uns doch hier zwei elastische streifen einarbeiten also das ist dann unser elastar sozusagen und dadurch gibt die hose um 12 uhr und 54 minuten auktion ab tolle farbe ich hatte mal einen tipp geben nehmen sie sich diese wunderschöne lederjacke mit mal angucken 177 euro die jacke die hose startet gleich bei auch unter 180 da haben sie also im schlimmsten falle für 360 euro einen lederhosen anzug das zahlen sie woanders für die jacke allein das ist mega also wenn ihnen das gefällt super entscheidend gleich dabei sind wirklich toll und auch mit den einsätzen noch mal gespielt ich meine hier oben braucht man sie nicht hier oben ist es jetzt wirklich einfach nur ein rein optisches accessoire sehr schön natürlich auch noch einmal die abgesteppten nähte hier oben in der schulterpartie auch im rückenbereich dann ganz ganz klasse auch da natürlich wieder die angeschränkten einsätze mit dabei sehr schöne tallienführung durch diese gucken sie mal durch diese geschwungenen linien hier in kombination mit der mittleren und auch da 24 stunden angebot da jetzt hinterher schicken weil das ist das ist so eine tolle kombi dass alle die die jetzt vielleicht auch in die arbeit müssen oder die die los müssen oder zum einkaufen wollen oder wie auch immer dass all jene die sagen ich hätte es gerne die möglichkeit haben sich das jetzt auch zusammen zu bestellen sind sie einverstanden dann würde ich sagen machen wir das so also 167 euro für diese traumhafte schwarze lederjacke und die traumhafte lederhose exakt passend dazu milano design das ist ein ensemble das ist ein wahnsinn also zwei leitungen belegt so jetzt hat es größe 40 erwischt in diesem moment das ist immer der augenblick wo ich sage schnell sein wie gesagt sie werden dann informiert wenn die hose zurückgeschickt wird von jemand anderem wenn die hose wieder lieferbar ist und dann bekommen sie ihre traumhafte hose also lederjacke letzte chance letzter platz jetzt ganz schnell entscheiden jetzt geht es wirklich um die wurscht haben jetzt drei kundinnen auf dem weg in die leitung also wenn sie dadurch kommen wollen zwei sitzen schon auf der raute jetzt natürlich die frage wer macht größe 38 2 drücken größe 42 4 drücken größe 36 1 drücken größe 48 die sieben drücken schnell sein wie gesagt die 44 restlos ausverkauft auch die größe 46 schon komplett ausverkauft meine damen es ist ihre entscheidung wenn sie sich dieses schmuckstück wirklich sichern wollen dann jetzt raute drücken mitnehmen worauf warten sie wir sind bei 159 euro jetzt die lederhose dazu was kosten hosenanzug was kosten vernünftiger guter qualitativ hoher hochwertiger hosenanzug ob das jetzt bieber ist ob das gerry weber ist ob das basler ist was kosten guter hosenanzug nee klassischer baumwolle oder auch vielleicht 250 300 euro hosenanzug ja so gebieten wir bieten fast den gleichen preis aber für leder für material das so außergewöhnlich ist das so mega ist das so extravagant ist das so lässig ist das so edel ist das so luxuriös ist letzte chance worauf war also 36 die 1 38 die 2 42 die 4 und 48 die 7 jetzt gerade diese lederjacke mitgenommen haben müssen sich unbedingt jetzt die hose dazu kaufen das ist ein hersteller das ist ein und derselbe lieferant das ist ein richtiges wow ensemble meine damen ein klassischer hosenanzug gute qualität 250 300 euro normaler preis ein leder hosenanzug aus diesem weichen geschmeidigem tollen leder mit diesen den mit diesen elastan einsetzen damit sie da vielleicht wenn sie ein bisschen kräftigere oberschenkel haben ein bisschen nachgeben vielleicht an den waden ein bisschen also eine eine lederhose in dieser verarbeitung und dazu passend haben sie sich gerade die lederjacke gekauft das ist ein absoluter wow look sowas wenn sie im laden kaufen da sind sie 600 700 euro los sie dürfen sich jetzt schon ein wählen ich gebe ihnen die möglichkeit in die leitung zu kommen ich ziehe jetzt einfach ganz kurz die informationen vor was alles noch heute an diesem tag bei uns 23 bei 123 tv zu sehen ist gebe ihnen dadurch ein bisschen mehr zeit sich einzuwählen sie suchen sich ihre größe aus und zwar für die größe 36 die 1 für größe 38 die 2 für größe 40 die 3 für 42 die 4 für 44 die 5 und für 46 die 6 und raute drücken diese lederhose müssen sie haben hier kommt der programminweis und dann legen wir los wir sind bereits gestartet liebe zuschauer gucken sie bitte da drüben die zahlen sind schon rot es geht schon los preis fällt schon wo sind die alle hin die ersten wie viel sind das sechs acht zehn sind schon verkauft gucken sie mal die ersten zehn hosen sind schon raus acht leitungen neun leitungen belegt das könnte jetzt wirklich ganz schnell gehen bitte entscheiden sie sich jetzt kaufen sie sich diese fantastische lederhose mein tipp bleiben sie bei ihrer größe nicht ich würde sie nicht größer karten was sagst du auch nicht oder ich würde bei ihrer größe bleiben meine damen holen sie sich die lederhose nach hause was für ein look eine lederhose das ist eine investition für das leben die kaufst du dir einmal die sieht immer klasse aus ein schöner großer grob gestrickter wollpullover ja diese großen oversize pullover sind ja jetzt diesen winter so in schöne stiefelte dazu schöner stiefel dazu getragen dann so ein schöner roter tagesauftritt meine damen die jacke gibt es nur einmal jetzt heute hier bei uns und sie sieht doch einfach klasse aus ist das nicht eine tolle farbe richtig schöne herbstfarbe ganz großer trend also ich muss sagen ich finde die jacke großartig wunderbare farbe sehr schön sehr edel hier mit dem reißverschluss an der seite ganz ganz tolle weiche qualität auch und das für 189 euro oder weniger genau wo man weniger machen ich glaube sie und ich wir sind uns da einig wir wollen es gerne günstiger haben was halten sie von 159 euro hier ist der preis und hier sind die größen für sie größe 36 taste 1 38 die zwei ich würde mir die nummer größer nehmen soll ich ihnen ganz ehrlich also ich würde nein andersrum ich habe hier eine 38er an ich brauche einfach eine 40 nicht dass sie denken die fällt sehr klein aus sondern ich habe einfach nur eine nummer zu klein an nur damit sie genau wissen die jacken fallen gut aus bleiben sie bei ihrer größe lassen sich da bitte nicht irritieren aber mir geht es einfach nur darum auch immer um die um die wirkung kann ich sowas wirklich auch mit blonden haaren tragen oder kann ich das nur mit dunklen mit schwarzen braunen haaren tragen nein das kann man sehr wohl auch mal mit blonden haaren tragen ich finde die klasse wir haben 159 euro startpreis aufgerufen für sie wenn sie in die leitung kommen wollen dann wählen sie sich bitte jetzt ein um hier mit dabei zu sein jetzt kommen wirklich die highlights schlag auf gleich unter 24 stunden weil vorhin ich hatte den satz noch nicht richtig zu ende gesprochen zack und dann waren diese ganzen schwarzen lederhosen schon verkauft haben wir nicht oft im sortiment weil natürlich lederhosen sehr aufwendig auch von der produktion sind sehr hohen preis haben so also 159 euro für sie ich würde sagen wir starten jetzt hinein sie wählen sich bitte mit ein und holen sich diese tolle fantastische lederjacke nach hause sehr schön auch hier mit dem reißverschluss ich kann hier immer zu machen wenn ich hier irgendwas reingegeben habe so dass nichts verloren geht sieht einfach klasse sieht einfach toll aus und das bestellen sie zum kleinsten preis auktion ist gestartet liebe zuschauer zwölf stück sind noch da also eine fantastische farbe einfach wirklich eine schöne farbe eine leuchtende farbe sie werden sehen sie bekommen sicherlich auch komplimente so wie das bei mir der fall war wo die dame in dem geschäft hat wissen sie sind gerade reingekommen und die sonne ging auf das rober was hatten wir jetzt im oktober im herbst für ein wahnsinns licht was hatten wir für wahnsinnstemperaturen teilweise sogar noch mal bis zu 20 grad jetzt aber geht es natürlich mit großen schritten in den winter hinein sie sichern sich jetzt noch zum schlussverkauf eine mega lederjacke in einem super schönen look in einem wahnsinnspreis 153 euro und ich mag das auch wenn man eine lederjacke hier das futter raus kommt wow oder da geht wirklich die sonne auf bei dieser farbe sieht toll aus ist wirklich ein geschenk in der preiskategorie muss man wirklich sagen wow so was sagen wir jetzt auch noch mal lässig ne sieht gut aus achtung letzten vier und eine nur noch einmal da das ist ihre größe die wartet förmlich auf sie größte 44 mit der taste fünf auch nur noch einmal da und dieser wunderbare elegante glanz kommt der ab nein das ist echtes leder das sie hier sehen das aus lamm leder aus spanien meine damen verfeinert worden mit dieser herrlich weiter an das geht drum herum ist das eingelegt ist ja fünf sterne schon die note 1 also besser geht es nicht gucken sie mal von der rückseite egal wie ich mich bewege ich habe nie das gefühl dass ich eingeengt bin und viele damen mögen ja kein leder weil sie sagen das ist mir immer zu eng das passiert hier überhaupt nicht sie das mit der lederhose auf diese ja alle warten tragen ob sie das einfach mal schick auch mit einem rock jetzt mit den lederschuhen mit den leder boots tragen meine damen das ist etwas fürs leben sie investieren hier in einen modeartikel den sie fürs leben haben werden weil so etwas außergewöhnlich schönes kommt natürlich nicht aus der mode raus das bleibt immer aktuell 20 stück haben wir da also wirklich von der feinsten kategorie kategorie gibt es jetzt für sie übrigens die einzige schwarze die ich dabei habe die wird gleich im anschluss dran sein und dann ist es schon soweit dann kommt unser tagesangebot darf ich noch mal zeigen was ich bei dieser jacke jetzt gerade präsentiere mit dem stretch das gibt es dann auch bei der stretch echten leder und draußen tragen meine damen und herren ich meine so eine jacke ja überhaupt so ein lederbläser die kosten ihre knappe 400 euro das ist ein sein darf ich schon mal darauf hinweisen sehr beliebt die hose jedes mal heute leider viele leer ausgegangen weil sie einfach zu spät telefoniert haben lassen sie das bitte in dieser stunde nicht passieren der bläser nur noch sieben mal da und dann kommt der einzig schwarze man fühlt sich so wohl in den jacken ich muss sagen ich finde unsere jacken sagenhafte das ist kein hartes leder kein leder in dem sie das gefühl haben ich kann mich gar nicht so bewegen sondern einfach einschlüpfen und wohlfühlen letzten zwei plätze 174 euro für eine jacke die weit weit über 300 euro im retail also im handel kostet und noch einmal dass das glanz die glanz applikation die sie hier sehen die kommt auch nicht ab das ist ja auch wieder